Was darfst du? Vielleicht geht der hoch. Da unten sind zwei Ballons. Was siehst du? Ein ganz großer Ballon. Ist noch einer? Zwei? Zwei? Interessant, ne? Wenn man schlatscht, kann man den Öl ab, das ziemlich schwer ist. Ich habe eine Kamera mit. So schön hier oben. Ist gelohnt, ne? Ja. Ich glaube, das ist gut. Du musst schon stehen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020